Der Titel des nächsten Stückes ist leider nicht ganz wichtig. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es ist aber polnisch. Und da ich weit es nicht kann, habe ich gedacht, es wäre ein russischer Tanz. Es ist ein polnischer Rap-Time und stammt aus einem Film. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es wäre ein russischer Tanz. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es wäre ein russischer Tanz. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es wäre ein russischer Tanz. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es wäre ein russischer Tanz. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es wäre ein russischer Tanz. Ich hatte die Überschrift als Russisch gedeutet, es wäre ein russischer Tanz. Vielen Dank.